Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Tasten-News-Video, in dem ich euch heute einmal kurz erklären möchte, wie es mit dem System der aktuellen Staffel-Rotation für meine Haupt-Let's Plays aussieht. Dafür habe ich euch grafisch schon mal ein bisschen das Ganze visualisiert. In welcher Reihenfolge die Let's Plays kommen, seht ihr dort oben schon. Das sind ja inzwischen vier an der Zahl und der Intervall, der beträgt drei Folgen pro Spiel. Das sind also sozusagen immer Mini-Staffeln und die Gesamtrotation dauert dann natürlich für einen Umlauf zwölf Tage, da an jedem Tag dann entsprechend natürlich ein Video erscheint. Jetzt habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass ich in den vier Projekten immer mal wieder zwischendurch, nicht in jeder Folge, aber ab und zu, wenn es passt, Abstimmungen einfüge über einen Info-Link oben rechts im Video jeweils. Das kündige ich dann im Video auch an. Ihr könnt an der Abstimmung teilnehmen, aber dieser ganze Rahmen dieser Abstimmung, wie das abläuft, wie das geregelt ist, das könnt ihr jetzt bisher noch nicht wissen. Dazu habe ich noch keine wirklichen Infos rausgegeben und das wollte ich heute einmal für euch kurz erklären. Ich habe es ja auch nochmal aufgeschrieben und zwar sieht das Ganze wie folgt aus bei den Abstimmungen. Sobald ein Video innerhalb dieser Zwölftage-Rotation erscheint und eine Abstimmung beinhaltet, könnt ihr daran sieben bis neun Tage teilnehmen, denn zwei Tage vor Erscheinen der neuen Mini-Staffel desselben Let's Plays muss die Abstimmung geschlossen sein, denn ich muss natürlich die neue Staffel irgendwann mit den Ergebnissen der Abstimmungen auch entsprechend aufnehmen und dafür muss die Abstimmung natürlich geschlossen sein. Warum sind das sieben bis neun Tage? Das kommt durch die aktuelle Rotation, wenn ihr mal guckt. Zwölf Tage dauert die insgesamt. Jetzt gehen wir mal irgendwie von einem Beispiel aus in Hearts of Iron 4 zum Beispiel. Da hatte ich ja dann jetzt eine sehr große Abstimmungsentscheidung über unsere grundlegende Strategie, über die ihr abstimmen konntet. Diese Abstimmung habe ich heute entsprechend auch geschlossen und das Let's Play geht am Montag weiter. Ja, jetzt bin ich natürlich nicht mehr ganz in meinem Zwei-Tage-Rhythmus drin, weil ich es gestern Abend nicht schließen konnte, denn ich war unterwegs, aber so ungefähr müsst ihr euch das schon vorstellen. Diese zwei Tage heute und morgen, da ist die Abstimmung geschlossen, denn ich werde dann heute oder morgen noch aufnehmen und dann entsprechend die Abstimmung natürlich dann auch umsetzen in der neuen Mini-Staffel. Jetzt ist die Frage, was passiert mit den Ergebnissen? Wie könnt ihr die sehen? Also, die Ergebnisse der Abstimmung werden zunächst einmal, wenn ich die geschlossen habe, als Kommentar unter dem Video gepostet von mir und auch angepinnt und zwar unter dem Video, in dem die Abstimmung stattfindet. Also, Beispiel Harz of Iron 4, das war dann die Folge 01, ich habe ja eine Intro-Folge 00 gemacht, Folge 01 und Folge 02 in der Mini-Staffel und unter Folge 01, wo die Abstimmung stattfand, da ist jetzt auch aktuell, stand jetzt schon der Kommentar drin mit dem Ergebnis der Abstimmung, die ich euch übrigens hier nicht spoilern möchte. Dafür müsstet ihr dann selbst einmal dort nachgucken. Alternativ habe ich mir überlegt, dass ich auch einen Discord-Kanal extra dafür einrichte auf meinem Discord-Server, in dem dann die Abstimmungen nach und nach reingepostet werden, wenn sie geschlossen sind, sodass ihr auch das da nochmal nachlesen könnt. Also, ihr merkt, Discord, das ist nicht nur eine Plattform, um sich zu unterhalten, Fragen zu stellen, Feedback zu geben oder sich einfach mal zusammen mit der Community zu treffen, sondern das kann auch wirklich ein sehr, sehr nützliches Tool sein, um sich über solche Dinge zu informieren. Falls man es dann mal nicht schafft, das Video zu finden oder entsprechend keine Zeit hat, da reinzugucken, was weiß ich, aber kurz Discord aufmachen kann auf dem Handy, was weiß ich, denn es kann so viele Möglichkeiten geben, warum man das gerade mehr nutzen möchte. Dann kann man es auch tun. Ja, also Discord ist da schon ein sehr, sehr nützlicher Hub sozusagen, den man nutzen kann. Wie gesagt, das ist natürlich freiwillig, aber es macht, finde ich, für die Community schon Sinn, wenn man da Spaß an den Videos hat und das wirklich aktiv verfolgen will. So, und an dieser Stelle, das ist jetzt ein sehr kurzes Video, aber ich denke mal, das können wir auch kurz halten, weil es ein begrenztes Thema hat, möchte ich dann auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass ich ja nicht nur Abstimmungen eingeführt habe in Teilen meiner Videos, sondern dass ich auch aufgefordert habe, euch aktiv aufgefordert habe, gerne im Rollenspiel sozusagen Kommentare zu hinterlassen, die durchaus Geschehnisse, Ereignisse im Let's Play aufgreifen, eine neue Perspektive bringen, sozusagen in Charakter, also im Charakter einer Figur aus der Spielwelt. Das kann ein erdachter Charakter sein, das kann ein tatsächlich vorkommender Charakter sein, das ist zum Beispiel bei Crusader Kings 2 natürlich besonders spannend, aber das geht auch in den anderen Let's Plays eigentlich immer sehr gut. und dann einfach mal so ein bisschen die Geschichte auch in den Kommentaren weiter zu spinnen, dass das Let's Play nochmal eine zusätzliche Ebene erhält und das kann man natürlich auch wieder zurückführen und da möchte ich mir auch in Zukunft immer wieder Mühe geben, wenn solche Kommentare da sind, die auch dann einzubinden, rückzubinden in das Let's Play und die aufzugreifen, damit wir ja stärker miteinander interagieren, ihr als Zuschauer, ich als Content Creator, als derjenige, der die Videos produziert, dass das Ganze nicht ganz so statisch ist, sondern ein bisschen dynamischer wird und da zielen auch die Abstimmungen drauf ab, dass ihr noch einen stärkeren Einfluss auch auf die Geschehnisse im Let's Play habt, denn ich glaube, das ist für euch einfach ein ziemlich großer Mehrwert. Kommt natürlich immer drauf an, wie groß solche Abstimmungen angelegt sind, ich habe ja also Abstimmungen zum Beispiel in EU4, in Europa Universalis 4 durchgeführt, über die Benennung von Regionen oder Provinzen, sowas zum Beispiel ist natürlich relativ weit unten angesiedelt, das verändert jetzt ja nicht zentrale Dinge im Let's Play, aber gibt so ein bisschen Flavor, so ein bisschen wie so eine Ausstaffierung des Let's Plays, die ja auch mal ganz nett sein kann. Dann gab es Abstimmungen, die irgendwo so auf so einer mittleren Ebene sind, wo also im Teilen des Gameplays durchaus was abgestimmt wird, das jetzt aber nicht das große Ganze direkt beeinflussen wird und dann gab es aber, wie gesagt, auch schon in Harz of Allem 4 eine sehr grundlegende Abstimmungsentscheidung, an der ihr wirklich sehr, sehr fleißig teilgenommen habt, ich glaube, das waren insgesamt irgendwie 26 Stimmen, die abgegeben wurden oder so und das ist, glaube ich, schon ein recht hoher Wert, ich weiß nicht, das Video hat irgendwie über 200 Views inzwischen, aber davon 28 Stimmen abzuleiten, ich glaube, das ist ein guter Wert, also ja, nicht jeder, der das Video schaut, schaut es sich ja besonders lang an, vielleicht finden das welche über YouTube und denken sich, oh, ist doch nicht mein Fall, habe ich schon da und da gesehen, schalte ich sofort wieder aus, also man weiß ja als Content Creator nie so genau, wie viele Leute haben sich wie lange wirklich das Video angeschaut, man hat dann Durchschnittswerte, aber daraus kann man wenig ableiten und ich gehe mal davon aus, dass wirklich diese 26 Abstimmungen, die da oder diese Klicks, die da auf die Abstimmung durchgeführt wurden, dass die schon eine relativ hohe Zahl sind von denen, die sich das Video auch dann umfassend angeschaut haben, die investiert sind in das Let's Play sozusagen. Von daher ein riesiges Dankeschön an diese rege Teilnahme, auch bei den anderen Abstimmungen ist das teilweise schon sehr, sehr gut, wenn man das in Bezug setzt zu den reinen Views jetzt zum Beispiel und das macht wirklich Spaß, euch da einzubinden und ihr seid immer noch herzlich eingeladen, nicht nur aufgefordert, das hört sich immer so böse an, sondern wirklich herzlich eingeladen, nehmt daran teil, versucht euch auch ruhig mal an diesen rollenspielerisch angelegten Kommentaren, ähm, das muss jetzt auch nicht irgendwie perfekt sein, sondern einfach, wenn ihr eine spontane Idee habt, einfach raus damit. Ich, ähm, fair und beurteile das nicht, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie gute Kommentare zu schreiben, es geht einfach nur darum, euch und eure Perspektiven, äh, in rollenspielerischer Form in das Let's Play mit einzubinden und da eine neue Meta-Ebene sozusagen drüber zu schaffen, weil ich glaube, dass das besonders, ja, besonders spannend für euch ist und auch das Let's Play irgendwo dann insgesamt aufwertet. So, das soll's gewesen sein, 8 Minuten 30, das ist perfekt. Ihr wisst hoffentlich Bescheid, falls noch Fragen sind, gerne in die Kommentare damit, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne auch mal ein Like, dass auch diese Infovideos mal ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch auf dem Kanal besser findbar sind. Gut, das hat mit den Likes eigentlich wenig zu tun, aber vielleicht auf YouTube insgesamt, dass der ein oder andere nochmal aufmerksam wird, ist eine sehr schöne Sache. Das soll's gewesen sein, also bis zum nächsten Mal, liebe Leute, euer Tastenhauer verabschiedet sich an diesem Wochenende, wünscht euch ein schönes Wochenende und ich sage ciao, ciao.